der Karte der Welt und Schuh gar nicht der Schlechtgeheim Scheiße, nimm dir nicht jemand Schlechtgeheim, komm, lass dich Schlecht, kurz gegen dir Was? Hey, komm, du schiebst dich nicht nur, oder? Hey, Kurt! Ich muss dich ziehen aber auch, der ist Kurt! Kurt! Da liegt Kurt! Was geht denn, Alter? Alter, Kurt! Wir haben vor, Kurt! Kurt! Hey, zieh mal Kurt! Auf, gern, erst mal bitte! Scheiße, zieh dir das bitte alles Kurt! Kurt, Kurt, ey! Oh, komm, wir sind Bier! Hey, komm, hol mal Bier, hol' Bier! Auf, hol' Bier von Kurt! Kurt, Kurt, mal! Jawoll! Bier trinken mit Kurt Cobain! Ey, du hast Kenny getötet! Ey, du Schein! Scheiße, jubel Blut, jubel Blut! Ey, Kenny, ey, Kenny, was hast du? Ernst, einfach hier! Ey, kurz, warte mal kurz! Egal, willst du Bier verkauft? Bring den Wein mit! Also, Weinklässe ist denn leer? So, Freunde! Danke! Boah, das ist so ein Weinständer, ey! Das ist praktisch so ein Weinständer, ey! Ein Weinständer ist das perfekt! Wir haben hier zwei davon! Da liegt Lolo Ferrari! Beinständer! Scheiße! Ist das perfekt! Oh, ne! Da liegt Lolo Ferrari von mir liegen! Scheiße, ey! Da liegt kurz! Boah, das sieht von dir aus. Boah, das sieht von dir aus. Ey, tschuld! Ist das Gras? Echt? Oh, boah, 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 boah! Boah, 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 boah so was so was... Boah, wie gern die 100 Jahre alt! So viel Scholl! So viel Scholl! So viel Scholl! Lass dich hin, du! Okay, komm komm komm! Oh, genau wie gut, das sind alle! Boah, das sind Nacktfotos von Marilyn Monroe! Du bist schon einig, was? Fuck of Nazis? Fuck of Nazis? Hey, bitte! Da kamen, bitte nicht reinmachen! Da ist das... Mit Gott sei Dank! Arnolf, Arnolf! Arnolf, 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 Arnolf! Arnolf, 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 Arnolf! Arnolf! Arnolf, 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 Arnolf! Arnolf, 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 Arnolf die Geltige die haben wollten wo die Liga hat die Kuppel der Mauer die die Geltungswünsche und der Alkohol ein Koppeligen ich habe auch geklärt das war die Mauer der Welt aber ich wollte vor dem Eckland Worte weil jetzt sagte bei der Kuppel drauf wird auch Sander... Spiele seine Eure rum! Sander, sind er seine Schuld! Sander. Sander, Sander, Sander! Sander, Sander! Geht so mit, ey? Das ist so interessant! Er schaut ihn gleich! Hitler schrei ja auch einmal! Aber Sander schreit immer noch! Kenny schreit immer noch! Kenny ist so lange tot! Kenny schreit! Komm doch mal mal! Kenny ist ja ledig! Seine Eltern beschweren sich schon! Wer beschwert sich? Kennen die Eltern? Die sollen ruhig sagen. Die kommen Eltern. Oder kommt Timme! Der macht ja nur krass vorbeigefahren. Der ist ja nur vorbeigefahren. Dann wollen wir vorbeigefahren. Oh, im Bartels. Nee, Bartels brauchen wir nicht. Bartels brauchen wir nicht. Auf Jimi Hendrix geht noch ein Solo. Jimi, komm! Die Bühnenshow! Wie der Luftgitarre spielt! Jimi Hendrix! Jimi Hachenkott! Jimi wir lieben sich, Mann! Jimi wir lieben sich, Mann! Am Ende der Schichter-Durchzug. Am Ende der Schichter-Durchzug. Am Ende der Schichter-Durchzug. Wir sollen sie gerade in die Schichter-Durchzug. Ich nehme lieber Lolo-Ferrari. Hey, jetzt soll ich den Knallkörper zünden. Soll ich den Knallkörper zünden? Nein, das sind sie nicht. Den sind wir später. Den sind wir später auf der Schichter-Durchzug. Der Schichter-Durchzug. Auch Pobi, kriegt auch noch mal Zug. Der braucht zwei von der Schichter-Durchzug. Der Bogen mal zwei, Pobi, wenn der reinkommt. Der Bogen mal zwei, Pobi, der reinkommt. Oh, wie der zieht, der zieht. Der, 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 der... oder mit die Brücke kommen bei der Brücke bei der Brücke vorliegt ich habe nur die Belegung der Brücke der Zielgruppe der Einwohner hat man auch mit der Brücke und wir haben die Brücke kommt auch bei der Hand und die Brücke ich war ein Euro und vor allem war er in der Aufruhr und die Hälfte hat er kommt dann in der Hauptsitzung ich habe Ich bin nervös. Ich hab da Marlin Mondo da hinten. Marlin Mondo! Ich hab das nicht wieder auf. Merlin Mondo! Herr, doch siehst du mir. Ja, ich hab das guck dir auch. Ich hab das guck dir auch nicht. Ich hab das guck dir auch nicht. Ich hab das guck dir auch nicht. Wahrscheinlich den Körb mal so ein Kölschen getan. Er hat ja den Igelgaz gesessen. Ich? Den Igel? wir haben ihn vorhin die gegründet wird schon in der Tat so sehr genau die Hälfte noch nicht er lebt noch wie du dir auch nicht und er hat hier noch ein paar Wiener auch hier in der Städte der Lieblings und und er wollte nur wieder in die die Ehre an den Mann mit auch auf der Nörder Mönchengladen 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 und die Verabredung von Schiller die Erlöser in der Nürnberg die Perfektin Proben Du hast wie ein Moschus von hinten als Theo genommen. Du machst mich gerade rasig zu sagen. Ja, auf dem Herrn steht aber auf dem Kopf nicht. Wir haben Lolo Ferrari, der kann sogar mit dem Arm draufstehen. Scheiße, er muss gehen, hey. Ach nee, abschade. Ey, ich hab jetzt richtig gedingt. Lolo Ferrari links und Marisol Fischolkich. Da ist noch wie kein Herz. Hey, da haben wir schon gekommen. Auf, komm die Stimme. Hey, ich mach das auch so. Ja, auf, wenn du komm. Auf, sonst suchen wir uns immer gehen. Ich glaube nicht. Oh, jawohl. Die Runde um unsere imaginären Freunde. Ja, also. Hier ist kein Grasmaschid, also so. Wir haben nur unsere imaginären Freunde vorgestellt. Ja, also damit ihr mal Bescheid wisst. Keine Scheiß-Kommentare von euch so ficken Hoppern haben, okay? Ja, also Hopper brauchen wir gleich gerne, sie können gleich weggehen. Ja, also, wenn ihr viele Freunde haben, viele prominente Freunde, die singen können, die Gitarre spielen können, wo man das Weinglas drauf abstellen kann. Na, sie ist ein Genosse, wenn ich hier wünschte, merken wir euch, der Adolf müsste auch raus. Adolf haben wir gar nicht erst eingelassen. Ja, also, keine Chance hier. Aber Punk ist genauso wenig. Farben okay, aber nicht alle. Weil ihr so herkommt, wie, ühhh, Kranke Wichse und Anarchie. Genau, das meine ich. Die können scheiß von Farb ab. Die sind gar nicht so total Spinner. Die Logie ist ja auch wirklich so. Aber halt, ühhh, die können auch Penner, weil ich ganz gleich einfach nicht krank, das alles geht nicht mal. Also, wenn ihr wollt, die könnt ihr nicht mal ein auf, aber nur die Mädchen, und die Güte, die Jungs. Ey ich weiß nicht, wie du das hier drast. Das hat jeder nach Hause gedacht. Das hat eben der Peter Ussling noch gar ins Wort gelegt. Ja, wie jeder bitte? Johl er auch noch reingekommen! Peter Ussling noch hat eine logische Rede im Ohr gefüllt. was ist das? Anders wäre es ja auch langweilig, wenn man sich selbst aufdenken müsste. Ach ja, der Peter Ustinov. Danke schön, danke. Boah, das ist ein Fehler. Wie geil ist das Vorderkalt? Komm auf Luther und wir werden seine Bibel fordern. Ach, nicht Luther. Ach, nee. Das sieht doch die Kunde aus. Rammarenkischung. 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 Jawohl, auf. Auf den Lagerfeuer rein. Pass auch Kenny auf auf deinen Like. Ach, Kenny ist Blatt. Der liegt nur noch Blut rum. Ey, Kenny, Mann. Aber Luther, wir machen Lagerfeuer. Wir machen Lagerfeuer. Wir machen Lagerfeuer. Wir machen Lagerfeuer. Ich will. Ich laber keine Scheiß. Ja, Luther, die machen so. Ja, guck mal. Guck mal, Romani schwingt gerade den Dreadlocks zu Rammstein, Alter. Ja, 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 ja. Oh, du kommst, ja? Oh, Einstein hockt Daumen weg. Der wachte dann seine Theorie. Hier? Der hat einen neuen CD-Player-Ball. Und hier ist geil. Aber meine ganze Wende wollte ich tun. Und ich freue mich. Ja, Mann. Aber jetzt muss nicht sein. So ein Auto kann man doch so viel arbeiten. Geld ist lang klein sein. So ist so super. Bist du dann auch? Ich muss Egelkissen. 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 Vorstellungsrunde mit einer imaginären Freunde. Das war's. Jetzt stell dir noch unsere Nicht-Immaginär-Freunde vor. Das ist der Michi. Hack-Aus. Yeah. Das ist der Tim. Yeah. Und Tim stellt vor. Und das ist der Koska auch genannt Daniel. Und dann... Das ist Sheddy. Yeah. Durch ihn war das alles möglich. Genau, dankeschön meine Freude. Ich möchte noch meiner Familie danken. Ich danke meiner Mutter. Ich danke meiner Mutter. Danke. Und vor allem meinen Fans. Weil ohne sie wäre alles nicht möglich gewesen. Ich grüße noch Chakrat, meinen besten Kumpel. Ich grüße noch alle Fans. Und... Wir sind weg meine...